Manchmal sollte man mehr Zeit haben, um sich vielleicht auch mit seinen Mitmenschen etwas lockerer zu unternehmen oder auch mit der Familie mehr Zeit zu verbringen. Weil vielmals hat man wirklich sehr viel zu tun und die Zeit geht manchmal wie im Flug und das ist etwas, was ich schade finde.